Herr Präsident, meine Damen und Herren, Respekt, Herr Brauner, dass Sie die 400 Seiten Sozialstrukturatlas schon studiert haben. Ich habe es nicht vollständig geschafft. Allerdings hat mich der Titel der Aktuellen Stunde, den die Piraten hier angemeldet haben, auch verwirrt. Was wäre denn aktuell daran, über die gescheiterte Wohnungspolitik der 80er Jahre zu reden und was genau meinen Sie? Das ist mir auch nach dem Beitrag nicht klar geworden. Soll der Senat tatsächlich gegen die Stadtviertel am Stadtrand vorgehen oder nicht eben gegen die sich dort verfestigende Armut? Und was ist eigentlich mit den innerstädtischen Armutsgebieten? Hat da die Wohnungspolitik der 80er funktioniert? Nicht zu reden von den neuen alten und alten Reichtumsinseln in der Mitte und am Rand dieser Stadt. Warum die Koalition diesem Thema den Vorzug gegeben hat, erschließt sich mir also ebenso wenig, genauso wie die Intention der Piraten bei der Titelwahl. Worum es wirklich geht und was auch Piraten wissen könnten. Es geht offenbar nicht um das städtebauliche Phänomen, größere Siedlungen am Rand der Städte zu bauen, wenn die Städte innen drin keinen Platz dafür haben. Was die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts in dieser Frage von den 60er und 70er Jahren unterscheidet, ist auch nach den bisherigen Ausführungen nicht deutlich geworden. Ich möchte deshalb, ebenso wie Herr Brauner, auf die Ergebnisse des Sozialstrukturatlas eingehen. Das ist angesichts verfestigter sozialer Ungleichheit in Berlin durchaus sinnvoll und sollte aber auf Basis einer durchaus gründlicheren Analyse erfolgen, als das hier heute möglich ist. Die Papiere liegen ja auf dem Tisch. Lassen Sie mich zunächst noch einmal darauf hinweisen, und das nicht nur, weil ich selbst als Senatorin für den Sozialstrukturatlas 2008 verantwortlich war, dass Berlin mit dem Sozialstrukturatlas über ein herausragendes und vorbildliches Analyseinstrument verfügt. Die integrierte Sozial- und Gesundheitsberichterstattung erfolgt auf einem bemerkenswert hohen Niveau und liefert für die Politik wertvolle Informationen. Insofern ist es durchaus bedauerlich, dass der handlungsorientierte Teil dieses neuen Sozialstrukturatlas ausschließlich zu den Themen Stadtteilzentren, Pflege, Gesundheitsprävention, ärztliche Versorgung und Psychiatrieplanung konkreter wird. Das ist zwar angesichts des Herausgebers zunächst naheliegend, verschenkt aber die Möglichkeiten eines integrierten politischen Ansatzes. Hier wird im Weiteren, wie gesagt, ich habe nicht alle 400 Seiten gelesen, aber ich habe gelesen, dass auf einen laufenden Diskussionsprozess verwiesen wird, über die Absicht, Leitlinien zur Armutsbekämpfung zu entwickeln, auf die Notwendigkeit eines ressortübergreifenden Ansatzes zu für die Armutsproblematik zentral in Feldern. Und jetzt zitiere ich mal. Bildung, Beschäftigung, Gesundheit, Segregation, Migrationshintergrund, Behinderung und der besonderen Armutsproblematik der sogenannten Generation 65 plus. Zitat Ende. Wir reden hier also nicht ausschließlich über Wohnungspolitik. Aber in diesem Senat macht offenbar jeder seins. Dieser Eindruck wird noch dadurch vertieft, dass der IBB-Wohnungsmarktbericht vom Senat am gleichen Tag vorgestellt worden ist, ebenso der Bildungsbericht Berlin-Brandenburg 2011-2012. Ob die eine Erkenntnis sich auf die andere Analyse bezieht oder stützt, das darf durchaus bezweifelt werden. Berlin ist noch immer und weiterhin eine arme Stadt. Der wirtschaftliche Aufschwung der letzten Jahre erreicht viele Menschen nicht. Und die rasant steigenden Mieten treffen Menschen mit wenig Geld am härtesten. Sie können sich bestimmte Stadtviertel schlicht nicht mehr leisten. Oder sie müssen so viel von ihrem Einkommen für die Miete aufwenden, dass für andere wichtige Lebensbereiche wie Bildung und Kultur schlicht nichts übrig ist. Und die zum Teil üppig ausgestatteten Städtebauförderprogramme, meinetwegen seit den 80er Jahren, konnten diese Entwicklung nicht nur nicht aufhalten, sondern sie haben sie sogar mit Blick auf die Aufwertung der Altbaugebiete den Prozess der räumlichen und sozialen Entmischung, der Segregation und Gentrifizierung unterstützt und beschleunigt. Das sind die entscheidenden politischen Fragen heute. Das größte Armutsrisiko, und jetzt komme ich noch mal zum Sozialstrukturatlas, haben mit 51 Prozent Erwerbslose. Es folgen Menschen mit Behinderung, Menschen mit Migrationshintergrund, rund 27 Prozent, Familien mit drei und mehr Kindern, auch rund 27 Prozent, Alleinlebende, rund 23 Prozent, Alleinerziehende, rund 22 Prozent. Fast 18 Prozent der Kinder und Jugendlichen unter 18 gelten als armutsgefährdet. Weil Kinder und Jugendliche das Leben noch vor sich haben und damit die größten Chancen auf ein Leben ohne Armut haben, empfiehlt der Bericht folgerichtig, hier einen Schwerpunkt zu setzen. Aber konkrete Vorschläge? Fehlanzeige. Es wird auf zu erarbeitende Leitlinien zur Bekämpfung der Kinderarmut und zur Verbesserung der Teilhabechancen verwiesen. Praktisch macht der Senat das Schulessen teurer und erhöht die Bäderpreise. Aber zurück zur sozialräumlichen Entwicklung und zur Wohnungspolitik. Der Sozialstrukturatlas basiert im Wesentlichen auf Daten zum Ende 2011. Angesichts der Dynamik bei der Mietsteigerung – der anerkannte Berliner Stadtforscher André Holm hat gerade ein Buch mit dem Titel Mietenwahnsinn herausgebracht – müssen wir alle miteinander davon ausgehen, dass die räumliche Entmischung weiter zugenommen hat. Es reicht eben nicht, von einer Mietpreisbremse zu reden, um überteuerte Neuvermietungen zu verhindern. Es müssen in allererster Linie alle politischen Mittel genutzt werden, um Bestandsmieten in der ganzen Stadt bezahlbar zu halten. Und wenn überdurchschnittlich viele der noch bezahlbaren und belegungsgebundenen Wohnungen in den Großsiedlungen am Stadtrand sind, dann ist es nicht verwunderlich, dass Menschen mit geringen Einkommen dorthin ziehen und sich dort konzentrieren. Und wenn die Richtwerte der Kosten der Unterkunft für eine innerstädtische Wohnung nicht mehr reichen und lageabhängige Aufschläge oder individuelle Zuschläge nicht gewährt werden, dann müssen arme Menschen die Innenstadt verlassen. Und wenn den eigenen Wohnungsunternehmen zwar Belegungsbindungen, aber keine für diese Menschen bezahlbaren Mietobergrenzen vorgegeben werden, dann ist die Randwanderung der Armut die logische Konsequenz. Trotzdem, und das möchte ich hier auch noch einmal betonen, geht es nicht darum, etwas gegen Armutsviertel zu unternehmen, sondern gegen die Armut und Perspektivlosigkeit vieler ihrer Bewohner etwas zu tun. Es geht um Bildung, Arbeit, gesellschaftliche Teilhabe. Es geht um gute Wohnbedingungen und lebenswerte Stadtteile, und zwar überall in der Stadt. Es geht um Stadtteilarbeit, Jugendhilfe und Beschäftigungsförderung. Es geht um wohnumfeldverbessernde Maßnahmen und die attraktive Gestaltung des öffentlichen Raumes, gerade in benachteiligten Stadtgebieten und nicht in Aufwertungsgebieten. Und wenn wir über die Wohnungspolitik ohne alte Fehler reden wollen, dann müssen wir zuerst dafür sorgen, dass Wohnen auch in der Innenstadt bezahlbar bleibt bzw. wieder wird. Wir müssen den preiswerten Wohnungsbestand schützen. Wir müssen die Umwandlung von Miet- und Eigentumswohnungen eindämmen. Wir müssen bei neuen Wohnprojekten dafür sorgen, dass zumindest ein relevanter Anteil für Menschen mit kleinem Geld bezahlbar ist. Wir müssen bei der Altbaumodernisierung Grenzen für unbezahlbare Modernisierungsumlagen setzen, und das zuallererst bei unseren eigenen städtischen Gesellschaften. Wir müssen aus der Preisspirale des alten sozialen Wohnungsbaus raus, damit diese Wohnungen für Bedürftige bezahlbar bleiben oder wieder werden. Und die neue Wohnungsbauförderung des Landes muss nicht ausschließlich auf einen einigermaßen preisgünstigen Neubau zielen, sondern bezahlbare Wohnungen vor allem in der Mischung und im Bestand der Fördernehmer sichern. Mit dem gleichen Mitteleinsatz, Sie verweisen ja mal darauf, dass das Geld knapp ist, und das stimmt, wenn man nachzählt, ist es knapp. Mit dem gleichen Mitteleinsatz wäre bei einem solchen Konzept bei Weitem größere soziale Effekte zu erzielen. Berlin ist zu Recht stolz auf seine Vielfalt und auf die eigene Identität und Attraktivität seiner fast 90 Stadtteile. Berlin hat lange Zeit und zu Recht seine Besonderheit gegenüber anderen Metropolen vorgehoben. Gut und günstig wohnen, und das auch in der Innenstadt und in lebenswerten Großsiedlungen, das ist der beste Schutz vor Armutsvierteln am Stadtrand. Es ist allerhöchste Zeit.